Er hat sich immer dann, wenn wir nicht so ins Spiel gekommen sind, aufgeregt darüber, dass er zu wenig Bälle erhält von uns. Aber in Wirklichkeit ist es ja sehr oft an ihm gelegen. Wenn er sich bewegt hat, dann sind auch die Bässe in die Tiefe gekommen, die er gebraucht hat oder auch die Flanken von der Seite. Und wenn das nicht der Fall war, wenn er sich nicht bewegt hat, dann hat er schon das eine oder andere Mal etwas von mir zu hören bekommen. Aber wenn er dann ein Tor geschossen hat, kannst du dir vorstellen, was er zu mir gesagt hat.